Am Hügel auf der Weidenmitte, wo Eichen und wo Birken stehen, hab ich das Elfenvolk gesehen. Es tanzte fröhlich dort im Rund, um einen Kreis aus Wackerstein im roten Abendsonnenschein. Und aus dem Hügel drang Musik, wie sehnend süß war dieser Klang, der mich in ihre Mitte zwang. Sie reichten lächelnd mir die Hand, nahmen mich in ihren Reigen, ich hörte Flöten, Spiel und Geigen. Und als am Morgen ich erwacht, da waren verflogen sieben Jahr, die ich im Elfenhügel war. Untertitelung des ZDF, 2020